komm, du vor, ich vor komm, du komm, du komm, du komm Dankeschön Ah, komm, ich komm schon, okay Danke Ach, da ist sie auch noch Ja, gut, wir machen mal vorne an der Hüt, wir sind ja eh kleidern Okay, gut Also, die Schnee haben versucht wegzusägen, ne? Ja okay entgegen gut etwas guck da weiß mit bei b Los geht's! und da gehen sie alles weiter wir warten das ist einfacher und sicherer ja man kann ja immer ich habe dich gerade eben gesucht wurde angequatscht das habe ich nicht mehr mitgekriegt ja ne ist es okay ja schwer ist es bei der nächsten kreuzung ok war doch von links nach rechts hier war scheiße auch gefahren so 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 Ja, ja, ja. Ja, der eine Stein, wo ich abziehen wollte und der Baum kam, so habe ich so gedacht, oh. Ja, aber ich habe in erinnerung gehabt, der kommt von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Wenn du jetzt hier rein fährst und kehrt sie gerade durch, das ist der Felgekiller. Okay. Der Baum ist mies. Der Baum ist mies. Er hat mich eben ein Stock überholt. Aber gut, ob ich die Sprünge noch kenne, ob ich sie noch finde. Weil da waren so zwei, drei Sprünge schon drin. Nummer eins. Zwei. Oh, da liegt ein Baum quer. Ich bin wirklich schon lange nicht mehr da runter. Aber ich will hier noch mal meine Wasserflasche auf. Ja, sag ich doch. Das ist der jetzt der Wollstel-Trail. Egal, ich wollte eh absteigen. Du hast so geile Leinen, weil du machst Spaß, um da herzufahren. Ernsthaft? Ja. Du bist der Herrscher, wo du sagst. Dennis muss eher wegen hochfahren. Er sagt mir nie, hoch zu Snowfahren. Weil ich will ja... Egal. Vertrau mal. Also ich habe ja mittlerweile vorne meine Gabel auf mein Gewicht eingestellt. Und den Dämpfer hinein habe ich einen Ticke schneller gemacht. Aber ich glaube, fast jetzt schon zu schnell schon wieder. Aber ich brauche definitiv eine andere Feder. So, das ist das, was ich gemeint habe. Hier Treppen. Früher habe ich voll Angst vor derer gehabt mittlerweile. Die ist harmlos. Ich merke meinen Nacken. Scheiß Sonnenbrand. Jetzt fahren wir weiter am Bach entlang. Da kommen wieder ein paar Brügelcher. Ja, mach mal. Mach mal. Genau. Genau. Was kannst du dir vorstellen? Du bist erst mal hier am Dunkeln runter. Dann kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ah, wieder so ein hässlicher Baum. Das sah eng aus. Aus dem Augenwinkel. Kann doch besser werden. Und hier im Detail schneiden. Ich habe gar nicht mehr einmal Volker nicht bremsen können. So auf einmal Bremse weg und tatsche.